Wir haben schon zwei Orte gefunden, aber nicht den Ort, den wir finden sollten, glaube ich mal. Boah, es tut mir leid, mein Herz dazu zu tragen. Das hast du schon zu lange getragen, da tut das nicht wehren, Ulf. Ja. Da ist ein Baum, da ist ein Baum. Da war ein Baum, da war ein Baum. Wo ist denn das Scheißdinge? Keine Ahnung. Ich meine, das war doch eben, ja. Nein, nein, das war in der Mitte irgendwo. Was, wir haben drei Orte im Deck. Das ist irgendwo in der Mitte. Nein. Oh, legendäre Gürtel. Wo? Ich glaube, da, wo die Ziegenmenschen sind, da ist auch bald so dieser Ort. So, der ist ja unerkundet, der spricht noch. Ich scoute mal. Also, wer findet, darf ich behalten. Wie fühlt sich das an? Nein. Die will der Bessie gehört jetzt mir. Wir hätten jetzt ein Schrein. Kommt von unten, oder? Also, ich habe jetzt den Teleporter gerade gefunden. Ja, wir haben ihn schon gefunden. Echt, den haben wir schon gefunden? Okay. Nein, wir sind in der Seite vorbeigelaufen. Ich habe nur nichts gesagt. Wow, du bist auch so ein ganz... Du bist so ein ganz harter. Ja, ich habe euch nicht gesagt, wo der Weg du bist. Das war doch toll, als ich so krank war und Parabot aufgenommen habe. Oh, hier ist ein Bauern. Ah, höre dir der Kasra. Hier ist ein Bauern. Meins. Ja, also, was doch, oder bitte? Toll, da sind wir doch vorbeigelaufen. Ja. Aska. Was? Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet und ich fürchte, ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das ganze Gebiet ins Unheil stürzen. Tötet ihn! Wow, du hast das Wissen unterbrochen mit deinem Tötet ihn. Hat die Einfahrt zerfleucht? Hast du was gesehen? Oh, da sind rote Punkte. Du musst uns mit dem Ritual beeilen. Magdor wird bald hier sein. Fast geschafft. Magma. Oha, war der Gegner okay. Magma. Tut mir Feuer was? Von wem ist das Feuer? Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich bringe das Schwert zu seinem Besitzer. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Worte ist der Mann. Willard, ist es deine Mutter oder... Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Hast du deine Antwort? Lass die Spiele weg. Gehen. Holla, Hexe. Ja. Ist wahrscheinlich so der Fall. Sie könnte seine Mutter sein. Wenn sie auch schon anfängt mit dem, ich beanspruche ich das, das gehört mir. Und wenn er ziv spielt, fängt er auch immer an, dass ich beanspruche den ganzen Kontinent. Ich habe zwar noch nichts entdeckt, aber ich beanspruche alles, was da drauf ist. Und jeder, der mit drauf ist, muss weg. Wir müssen zu Cain in die Stadt. Jetzt sagt er auf einmal nichts mehr. Jetzt ist der Lord. Ja. Jetzt sagst du wieder was. Du hast vorhin nur beleidigt, als ich gesagt habe, sie könnte deine Mutter... Ach, wie kommst du da raus? Ja, wenn dich schon anfängt hier mit dem, so, ja, das ist meins, das ist, ihr dürft es nicht haben. Sollte ich beleidigt sein, okay. Ja. Wenn ich sag, da ist so eine komische Olle. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel, aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Oh mein Gott. Der Pflege ist viel besser, dem haue ich ja mal so einen Stein rein. Oh, das ist ein imperialer Rubin, das würde mich so etwas kosten, den rauszuhauen, aber... Jetzt macht ihr 293,2 Schatten. Wer macht wie viel Schatten? Afrika? Ich hab's gepostet. Ach du, ich will, ey, ich will auch so einen Sockel, ich hab den Sockel. Warte mal, mach ich auch mal so einen Sockel rein, jetzt im Moment. Das ist ja total unfair gegenüber Foxy, aber gut. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du ja anziehst. Dann mach ich mal, sag ich mal, was nehme ich denn, was tue ich denn rein? Ich glaube, ich hab keinen imperialen roten Edelstein. Vor allem darf ich einfach ein Schild, ein Schild mit zwei Handwaffe. Ich hab einen roten Reit. Oh, ich hab das sogar mal so gut. Also. Ich hab einen roten Reit gefallen, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen. Und dass ihre Geister miteinander in Krieg führen. Verdammt. Verdammt. Wie dieser Riesenstreitkolben, der einfach so hinten hinhängt. Wieder zum Felder, der Elend, oder was? Ja, wieder zum Felder, zu den Zeldern des Elends. Zeldern des Elends. Zu den Zeldas des Elends. Habt ihr gehört, Zelda wird von Schwum auf nächstes Jahr? Was? Ja, das neue Zelda. Echt? Wie heißen das? Keine Ahnung, hat ja keinen richtigen Namen noch. Naja, aber es ist wohl besser, ehrlich gesagt. Lieber besseres Sender als schlechteres, früheres Sender dafür. Und Uncharted 4 wird verschoben. Ja, Uncharted 4, wen interessiert wird unter Uncharted 4. Ist das nicht wieder so ein Only-Konsolentitel? Ja, ja. Ja, ist doch nicht alles. Ich hätte ja gerne den Order 1866, aber zu teuer. Boah, ich höre nicht so was Sprechen. Ich höre nicht so. 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 Langsam verliege ich die Geduld, Weibs Bild. Mein Liebster wird mich retten. Lass das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schopf erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Okay. Dann OP, wenn die Waffe zu haben. Heißabschneider, Nickel. Das ist doch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Oh ja, der hat ein Loot gedroppt, stimmt ja. Hast du die Socke? Piu, Final Flash! Final Flash! Warum war ich nicht so komisch? Hm? Ihr wollt euch mir anschließen? Jaja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weist den Weg. Jaja, immer diese... Mach doch die Tür auf! Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könnt ihr die Hilfe gebrauchen. Nein. Ich will bestimmt nicht hier bleiben, darauf können sie Giften nehmen. Du musst zurück in die Stadt Sachen verkaufen. Ich sehe das was zu sehen. Du willst auch... Du willst doch bloß dahin zurück, um dann extra Nutz und Sockel zu bekommen. Ich würde das auf die Stadt verkaufen, dass die Sockel verkaufen, dass die Sockel verkaufen wird. Wenn du das jetzt aufmachst, dann kannst du dich auf die Idee geworfen. Ich bin Mündon. Mündon. Ich geh auch noch mal zu. Wir hab' ich die Waffe gar nicht so bekommen. Doch, äh, irgendein Gegner. Lea, haut auf, Lea, haut auf. Echt? Na, die haut einfach auf, die... Ah, ist Gott die Frau. Genau. Dann warte ich auf euch hier so. In Siegerpose. Ja. Mit Special Effects. Da, 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 da. Wiu, wiu. Oha. So ein Speicherpunkt. Ihr müsst Alarek der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein. Es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha. Also eine weitere Nege. Ich hab' im Sockel jetzt. Ihr wollt diesem Tempel betreten, was nur dem Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüsse aus dem Weg in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. So hat man immer vor dem Auslauf geschaut. Such zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Kryptor der Urarme. Oh je. Oh je. Wir heulen in den Luft. Die Leute warten oder schon mal vorangehen? Ja, dann könnt ihr mal vorangehen. Der ist doch schon hinter uns. So. Ich hab' das Schwule am Rumspringen. Toll, der geht unten. Nein, ich geh hole das. Oh Gott. Gohle, Gohle. Ele, 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 Elefant. Nein, kein Elefant. Rot. Jetzt kommt der goldene Ritter angesprungen. Foxy, hast du keine Edelsteine? Doch, ganz viele. Aber ich hab' keine Sachen, um da reinzukommen. Ja, dann verzaubert die doch, dass du ein Doku bekommst. Habe ich das auch gemacht. Oh, fein. Später, for life. Mal gucken. Ihr seid stark genug. Ja, gleich am Anfang ist der unfaire Spielvorteil. Wir sind abgeschnitten. Sie werden uns jeden Moment erreichen. Gebt nicht nach, Brüder. Und sie werden für alle Zeiten über unsere Tapferkeit singen. Cool. Der Feind macht für Ruhm und Ehre. Äh. Wahnsinn, die haben gesagt, was sie haben. Ich habe nicht genug erkannt. Oh, oh. Ich spüre, dass dieser Kampf bereits vor langer Zeit ausgetragen wurde. Ich habe diese Schlachten in Onkel Deckards Bücher studiert. Doch sie mit anzusehen ist viel grauenvoller. Und das habe ich nicht gewöhnt. Wir sehen uns Cola im Chammake. El